Wie kann ich einen Wagen wechseln? Komm eins machen wir noch. Ja ja, wie kann ich einen Wagen wechseln? Wahrscheinlich in der Garage. Nein. Nein. Klar, damit RTLT. Ah, okay. Steht doch da. Ja, ich habe es jetzt auch gesehen. So, Schwierigkeit, einfach, schwer, normal, normal, einfach, einfach. Hier gibt es nur eine schwere Map. Ja, aber du kannst ja auch rückwärts einstellen quasi. Gut, einfach rückwärts ist halt auch nur einfach rückwärts. Aha, was suchen wir uns denn da für ein letztes Vehikel aus? Er ist leider gesperrt. Irgendwas mit. Schnell. Oho. Oho. Den nehmen wir aber, ne? Den. Oho. Oho. So. Ach stimmt, du bist hier der Stream-Sniper hier bei mir. Richtig, jetzt habe ich Angst, ey. Ja. Bist du soweit? Äh, ja. Ich bin bereit. Gut. Dann. So. Mal gucken, was dein Vehikel so drauf hat. Mit Vollgas gegen die Mauer fahren. Ah, gut. So. Irgendwer hat sie vorher, ups, entschuldigt, weil der Sound gespielt hat. Kann selber auch Sound spielen, ne? Die sieht aber schon geil aus. Das ist ja unfair. Deiner fliegt über den Schnee. Ja. Fährst du links oder rechts lang? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall den anderen Weg. Boah, ey, was der denn da für eine Beschleunigung hat. Boah, die Kurven, die fliegt ja viel, 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 viel kackiger wie der andere. Und das Fliegen ist jetzt nicht unbedingt kein Vorteil. Ne? So von wegen Grip und so. Ach, du Scheiße. Wrong way. Ja, leck mich doch am Arsch. Das geht ja gut los. Ja, die Karre ist kacke. Schieb's aufs Auto. Natürlich. Nix dafür, wahrscheinlich. Also, ich bin Profi. Es hat vom Auto die Gefühle verletzen. Oh Mann, ich habe mich gerade voll hingelegt. Das ist sehr schön. Bei dem kleinsten Hindernis, wo ich drüber fliege. Fliege. Alter, ich habe schon wieder, ich habe erst mal geparkt. Dreh sie die Karre hundertmal um. Und mit Vollgas irgendwo dagegen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, wo ich hin muss. Hä? Alter, warte. So. Ah, nein, nein, nein. Du schießt mich nicht ab. Geh weg. Das war überhaupt nicht cool von dir. Von mir? Was habe ich denn gemacht? Ja, irgendwas auf mich geschossen. Das habe ich volle Möhre. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Doch, klar. Oh Mann, ey. Alter Schwede. Einmal die Handbremse gezogen. Äh. Hast du gerade mal ein Overlay, also abgeschossen. Das ist einfach mal wild durch den Bildschirm geflogen. Ich habe nichts gemacht. Ich muss erst mal in deine Nähe kommen, um irgendwas zu machen. Das war, glaube ich, nicht so gut. Oh, da fliegt er. Bei mir aber auch. Shit. Da geht. Das wäre schon ganz cool, wenn ich mich jetzt einmal kurz drehen würde, dir was entgegenschießen würde. Das wäre ein Versuch, wer... What? Das hat wieder irgendwas auf mich geschossen. Keine Ahnung, muss ein Fehler vom Spiel sein. Zumindest hat es gepieft. Ja, ja. Ja, die Karte, die fliegt halt sofort irgendwo hin, wenn es irgendwo dagegen fliegt. Bodenhaftung ist eh weniger vorhanden. Das tut meiner aber auch, obwohl die so riesen Schlucken drauf hat, ey. Ja, aber meiner fliegt halt. Also Bodenhaftung ist... Hm. Ja, fliegt. Fliegt. So. Ja. Wo bist du denn du? Ich bin da ewig weit weg. Ja, ich bin... Ich fahre hier. Jetzt habe ich wieder das Blaue. Was hast du gemacht? Das Item mit dem A aktiviert. Ich weiß nicht, was das macht. Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Oder für was es gut ist. Oder... Ach, da unten fliegt du. Bremst du mich halt, ne? Ja, da unten warst du. Das wäre so gut geflogen jetzt. Keine Ahnung, wo ich bin und wo ich hin muss. Was machst du? Das ist natürlich wieder ein Kilometer weg. Boah, ey. Ich freue mich so drauf, das aus deiner Sicht mir anzugucken. Ah, das ist nicht so toll. Äh, Profi halt. Mir wird der Abstand schon gar nicht mehr angezeigt, weil du zu weit vorne bist. Das steht nur noch 2000 Meter oder so. Ja, zwei Kilometer. Ja. Möchtest du mal warten? Nö. Spiel doch ordentlich. Du bist dich die 2000 Meter wieder bewegen. Ach komm, wir zahlen jetzt so Arno gar nicht. Nein. Wow. Wenn du gegen solche Gegner spielst, ne? Guck dir ein bisschen zu. Zum Kotzen. Oh, jetzt. Habe ich verpasst. Oh, man kann hier in die Röhre rein. Soll ich das mal machen? Ich versuche das mal. Ach, du Scheiße. Ach du, ach du. Ja gut, vollkommen zu Recht. Wenn ich das jetzt noch verliere, da kommt er schon. Ja gut, aber ich darf doch nichts sagen. Oh Gott, bin ja mal bisschen geradeaus gefahren, da kann man mal durch die Luft spüren, die Karte ist echt Müll, ist einfach nur Müll, und erwischt es dich noch, ich hab ein Schild, ich glaube ich hab das Schild zu früh angemacht, scheiße, nein da vorne ist das Ziel, es piepst immer schneller, verdammt, wow, es hat mich einen Meter hinter der Ziellinie voll erwischt, das sah sehr geil aus, wo ist das Ziel, fünf, wo ist denn das, so, was hast du vorher gemacht, du hast gewartet bis ich komm, ok, wer da so, solche arroganten Moves macht, und wartet bis ich... Hohoho, hör ihn dir an, hör ihn dir an... Achtenix, sind ja deine Zuschauer, die du langweiligst, bei mir bewegt sich das Bild... Ach, okay...